Die erste große Liebe, ihr hattet jeden Tag den gleichen Weg und du hast dich niemals getraut, sie anzusprechen. Überall, wo sie war, warst auch du. Du hast sie Tag für Tag beobachtet. Und dann, wenn man mal die Chance hatte, mit ihr zu sprechen, hat man vor Aufregung gezittert mit der Stimme. Sag mal, weißt du, wann der Bus kommt? Ich, weißt du, wann er... Man hat sich jedes Mal vorgenommen, jetzt trau ich mich, sie richtig anzusprechen. Heute spreche ich sie an. Ich bin ein Mann, Alter. Ähm, ja. Ich liebe dich. Und dann gab es diesen Moment, wo du dachtest, ja man, jetzt will sie mir wirklich Hallo sagen. Ey, Schatz, wie geht's? Nein. Alles gut? Nein. Nicht er. Du hast diesen Menschen verflucht, der ihr Freund ist und du wolltest ihn nur noch vernichten. Selbst die kleinste Berührung deiner ersten großen Liebe war alles für dich. Hey. Hey. Hast du mich grad wirklich berührt? Sie riecht so gut. Ja. Ja, Alter. Du hast alles versucht, um sie zu beeindrucken. Jungs, das ist ein Mädchen, sie ist übertrieben krass, okay? Tut so, als ob ich ein übertrieben krasser Star bin. Ich geb euch auch Geld dafür, okay? Kommt vorbei, sagt, ey, kann ich mit dir ein Foto machen? Weil dann denkt sie, dass ich fein bin, okay? Okay, Bombe. Ey, entwickle ich ein Autogramm? Ja, klar, kein Problem weiter. Ey, kurze Foto machen, ist doch kein Problem weiter. Ey, geil, mein Bestes. Oh mein Gott, ist das peinlich. Fremdscham. Ich meine, das funktioniert? Man hat einfach nicht aufgegeben. Und vielleicht magst du ja Tänzern. Du hast versucht, sie mit deinen Tanzschritten zu beeindrucken. Aber selbst das hat nicht geklappt. Die letzte Lösung war breit werden und sie mit den Muskeln beeindrucken. Und dann gibt es diesen Moment, wo du deine große Liebe fünf Jahre später wieder siehst und du dann glücklich bist, dass du doch nicht mit ihr zusammengekommen bist. Wie geht's dir, Mann? Oh, das ist ja süß, dass du mich erkennst. Wie geht's? Elhan Fresh, grüße gehen an dich raus, denn du wurdest in den letzten Videos das Top-Kommentar. Und wenn du in diesem Video das Top-Kommentar werden musst, dann musst du nur eine Sache machen, und zwar dieses Video kommentieren. Und in dem nächsten Video werde ich dann wahrscheinlich dich grüßen, wenn du es geschafft hast. Eine andere Sache ist, Leute, guck mal, ich hab Instagram. Auf Instagram mache ich jedes Mal Motivationsvideos und poste viele andere Sachen. Und falls ihr Bock auf mehr Motivation von mir habt, folgt mir einfach auf Instagram, dort heiße ich auch Bodyformas und auf Facebook heiße ich auch Bodyformas. Ansonsten, Leute, wünsche ich euch einen übertrieben, krass knusprigen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wer als nächstes das Top-Kommentar wird. Also kommentiert, was das Zeug hat, Leute.